So Leute, heute werden wir uns selbstverständlich über Bitcoin unterhalten, wir machen bei dem Crash weiter, denn wir sind immer noch weiter gesunken, wir schauen uns die Pattern an, die wir seit geraumer Zeit im Auge behalten und gibt es irgendetwas für Bitcoin, worauf wir jetzt gerade achten sollten? Ja, gibt es und ich werde euch auch gleich zeigen, was das ist, denn das ist eine Sache, von der ich glaube, dass im Moment nicht allzu viele Leute auf dem Skiern haben. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Crypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, bevor wir jetzt mit Bitcoin anfangen, bräuchte ich mal ganz kurz eure Hilfe. Falls ihr irgendjemand kennt, der türkisch spricht oder falls ihr auch selber türkisch spricht, wir haben im Moment ziemliche Probleme damit, einen türkischen Voice-Over-Artist für unseren türkischen Satoshi-Stacker-Kanal zu finden. Falls ihr also irgendjemand kennt, der türkisch spricht oder falls ihr Vollzeit im Crypto-Space arbeiten möchtet, dann solltet ihr euch hier über diesen Link bei uns als türkischer Satoshi-Stacker-Voice-Over-Artist bewerben. Ich wäre euch auf jeden Fall sehr verbunden, wenn ihr diesen Link mit Leuten teilen würdet, die türkisch sprechen können. Vielleicht schaffen wir es ja zusammen, endlich mal jemanden zu finden. Okay, und jetzt lasst uns auch direkt mit Bitcoin anfangen. Kurzfristig befinden wir uns selbstverständlich weiterhin in einem Abwärtstrend, im Grunde genommen seitdem wir die orangene Box bei 51.500 Dollar getroffen haben. Seitdem waren wir vorsichtig. Wir waren vorsichtig, wir haben erwartet, dass Bitcoin auf den kürzeren Zeitrahmen weiter nach unten trendet. Und klar, wir hatten zunächst mal noch die längeren Zeitrahmen, die uns weiterhin unterstützt haben, aber auch hier sind wir nach unten durchgebrochen. Im Moment befinden wir uns also innerhalb der orangene Box bei 40.000 bis 42.000 Dollar. Das hier ist, wie ich bereits gesagt habe, eine richtig große Unterstützungsmarke für Bitcoin. Das wird also nicht allzu leicht sein, da nach unten durchzubrechen. Ich schätze auch, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich erst einmal eine Weile in diesem Bereich bleiben werden. Ich meine, es ist zumindest wahrscheinlicher, dass wir nochmal einen kurzfristigen Bounce von diesem Level sehen, als dass wir hier einfach durchbrechen würden, weil, wie gesagt, das ist ein richtig großes Unterstützungslevel. Ich persönlich akkumuliere auf jeden Fall in diesem Bereich, aber auch hier gilt, das ist keine Finanzberatung, sondern einfach nur das, was ich momentan mache. Denn ja, langfristig sind wir zunächst nach unten durchgebrochen. Man kann sehen, die orangene Linie auf dem Daily Chart hat uns 1, 2, 3, 4, 5 Mal versucht zu unterstützen und ist letztendlich doch nach unten durchgebrochen. Auch auf dem Weekly Chart, da haben wir diese extrem wichtige Trendlinie, auch da sind wir nach unten durchgebrochen, also auf dem Weekly Chart. Und genauso wie ich gestern gesagt habe, wir müssen immer noch erstmal darunter schließen. Was also passieren könnte ist, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit in dieser Woche. Wir könnten jetzt rein theoretisch einfach wieder über dieses Level kommen und im Endeffekt hätten wir einfach nur ein Wick darunter, ein kleines Fake Out. Das ist immer noch eine Möglichkeit. Zu diesem Zeitpunkt allerdings, wenn wir so schließen sollten, wäre das auf jeden Fall bärisch. Das heißt, wir sind von dieser Trendlinie auf dem Weekly Chart nach unten durchgebrochen. Außerdem ist diese aufwärts gerichtete Unterstützungslinie von dem massiven Rising Wedge ebenfalls nach unten durchbrochen worden. Aber auch hier gilt, wir müssen erst einmal ein Klaus darunter sehen. Fürs Erste haben wir allerdings die Unterstützung durchbrochen und sollten wir tatsächlich so schließen, wäre das ein weiteres bärisches Signal. Die große Frage ist jetzt, was können wir machen, wo die Sachen ein bisschen bärisch aussehen? Ich meine, langfristig bin ich natürlich immer noch ein riesiger Anhänger von Bitcoin. Wie kann man das jetzt miteinander verbinden? Naja, was ich jetzt persönlich mache ist, und okay, wir haben keine klare Richtung, was das langfristig angeht. Wir haben keine klare Richtung, was das kurzfristig angeht. In der Tat deuten jetzt viele dieser Charts eher auf einen potenziell stärkeren Abwärtstrend hin. Was kann man also unter all diesen Umständen machen? Und da kommt jetzt wieder meine eigene Meinung ins Spiel. Denn ich denke, dass jede Gelegenheit, Bitcoin zu einem günstigeren Preis zu kaufen, auf lange Sicht ein guter Kauf sein wird. Wenn wir mal 10 Jahre zurückblicken und wir schauen uns die jetzigen Preise an, dann glaube ich, dass tatsächlich jeder einzelne Käufer, der jetzt kauft, Gewinn machen wird. Aber es kommt natürlich auf den Zeithorizont an. Wie gesagt, ich habe von 10 Jahren gesprochen. Und außerdem geht es um die Frage, ob man eben jetzt kaufen sollte oder ob es besser ist, dass, falls wir noch niedrigere Preise sehen sollten, dann wäre es selbstverständlich, also sagen wir mal, wir würden zu 30.000 Dollar sinken. Ich sage jetzt nicht, dass wir das machen, aber sollten wir 30.000 Dollar sehen, dann wäre es natürlich viel besser, bei 30.000 Dollar zu kaufen, als bei 40.000 Dollar. Denn streng genommen macht man ja von 30.000 bis 40.000 Dollar 33% mehr Gewinn. Ich kann jetzt also all diese Fragen verstehen, die einen im Kopf herumschwören können. Aber was ich jetzt in diesem Moment mache, ist, ich kaufe einfach mehr, wenn wir tiefer fallen. Weil das Problem ist, niemand kann mit Sicherheit sagen, wo der Tiefpunkt sein wird. Könnte der Boden schon erreicht worden sein? Könnte die orangefarbene Box der Boden sein? Klar könnte das sein. Könnten wir noch bis zur nächsten Stufe bei 30.000 Dollar fallen? Auch das ist möglich. Was sollte man also machen? Ich persönlich kaufe hier und ich kaufe auch bei diesen anderen Unterstützungsleveln. Und je tiefer wir fallen, desto mehr kaufe ich. Und je tiefer wir fallen, desto größer ist letztendlich auch die potenzielle Upside. Das ist also meine Strategie. Ich weiß, das ist jetzt nichts Umwerfendes, nichts Revolutionäres. Aber der Punkt ist, es ist realistisch und eine sehr einfache Strategie, die man verwenden kann. Und sie stellt sicher, dass man höchstwahrscheinlich eben nicht allzu viel Geld verlieren wird, solange man einen längeren Zeithorizont hat, den ich auf jeden Fall mit meinem Hoddleback habe. Das ist auf jeden Fall das, was ich mit meinem Hoddleback mache. Ich akkumuliere Bitcoin, je weiter wir nach unten gehen. Und Leute, lasst mich doch mal unten in den Kommentaren wissen, was eure Strategie ist. Und ob ihr denkt, dass wir schon den Boden bei 40.000 Dollar gesehen haben. Oder ob ihr denkt, dass wir tatsächlich noch weiter nach unten sinken werden. Schreibt mir das, wie gesagt, unten in die Kommentare. Okay, dann lasst uns doch mal zurück zum Weekly Chart kommen. Gibt es jetzt vielleicht irgendetwas Positives, das man aus der aktuellen Kursentwicklung mitnehmen kann? Hm, was wir jetzt hier sehen könnten ist, dass wir die Art der Trends mal aufgeteilt haben. Da kann man jetzt einige Ähnlichkeiten erkennen. Was man also sehen kann ist, man hat hier so eine kleine Schulter. Dann geht es nach oben zum Kopf und dann noch eine weitere Schulter. Ich kann mich jetzt noch ziemlich gut daran erinnern. Damals, als wir bei 30.000 Dollar gewesen sind, haben so viele Leute über dieses Head & Shoulders gesprochen. Und dass wir bis auf 10.000 Dollar sinken werden. Mittlerweile wissen wir selbstverständlich, dass das nicht passiert ist. Denn bei diesen Head & Shoulder Pattern, da geht es vor allem immer um die Neckline. Solange wir also nicht von dieser Neckline nach unten durchbrechen, ist dieses Pattern überhaupt nicht gültig. Was man jetzt auch sehen kann ist, dass anstatt, dass wir nach unten durchgebrochen sind, sind wir nach oben gegangen. In diesem Moment sehen wir jetzt eine ähnliche Art von Konsolidierung. Was können wir sehen? Wir können eine Schulter sehen, wir können einen Kopf sehen und eine potenzielle zweite Schulter. Auch hier gilt jetzt, das Ganze ist nicht tradbar, solange wir eben nicht die Neckline bei 30.000 Dollar nach unten durchbrechen. Deshalb, lasst euch jetzt nicht von diesen ganzen Sachen abschrecken. Im Moment sieht es immer noch so aus, als würden wir einfach einen weiteren Schritt nach oben machen würden. Solange wir jetzt also hier eine Art von Boden finden und von dort aus wieder nach oben gehen, da ist immer noch alles in Ordnung. Nochmals, ich bin vorsichtig. Ich bin definitiv vorsichtig für Bitcoin, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich das Ganze mal so anschaut. Was ich versuche auf meinem Kanal zu machen ist, ich zeige euch, was die Charts uns sagen. Und jetzt gerade zeigen sie uns, dass wir diese Art von Information haben. Dann könnt ihr diese Information nehmen und damit machen, was auch immer ihr damit machen möchtet. Ich denke, gerade in Zeiten wie jetzt ist es wichtig, das Ganze noch einmal zu betonen, damit man eben nicht zu viel Risiko eingeht. Und vor allem auch riskiert, liquidiert zu werden oder ähnliches, sollten wir eben doch weiter nach unten sinken. Aber auch will ich nochmal dazu sagen, dass ich es nicht riskieren würde, dass... Also eine Sache, die ich euch sagen kann, die ich jetzt auf gar keinen Fall machen werde, ist an diesem Zeitpunkt Bitcoin zu shorten. Denn je tiefer wir fallen und wir sind schon eine ganze Menge gefallen, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin wieder nach oben steigt oder einen stärkeren Bounce haben wird. Eine weitere Sache, auf die man achten sollte, ist tatsächlich der SI. Denn auch beim SI können wir jetzt hier eine kleine Divergenz sehen. Auch das ist wieder etwas, was wir genau bei der vorherigen Formation auf dem 4-Stunden-Zeitkram gesehen haben. Okay, was wir jetzt also sehen können, ist, dass der Bitcoin-Preis nach unten fällt und der SI nach oben trendet. Das bedeutet, dass wir hier eine bullische Divergenz haben. Wir können genau das gleiche hier beim Bitcoin-Preis sehen, wo wir ein Lower Lows gehabt haben. Genau wie wir hier Lower Lows gehabt haben. Aber beim SI haben wir eben Higher Lows, was bedeutet, dass wir eine bullische Divergenz haben. Ich weiß noch, damals haben wirklich eine ganze Menge Leute direkt in die Unterstützung gescheutet. Und ich schätze auch, diesmal werden das wieder einige Leute machen. Aber Problem bei der Sache ist, die bullische Divergenz ist auf jeden Fall real. Deshalb, vielleicht werden wir wieder eine Kaskadierung bullischer Kerzen bekommen, die wirklich einige Leute eine ganze Menge Geld kosten würde. Ich meine, wenn man shorten wollte, dann hätte man das irgendwo bei diesen höheren Preisleveln machen sollen und eben nicht direkt über eine so unfassbar starke Unterstützung. Denn das, meine Freunde, ist meiner Meinung nach zumindest viel zu gefährlich. Meine Strategie ist auf jeden Fall per Dollar-Kost-Average weiter Bitcoin zu kaufen, je tiefer wir weiter nach unten kommen. Denn ich weiß natürlich nicht, wo der Boden ist. Keiner weiß, wo der Boden ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendein dieser Unterstützungslevel der Boden sein wird. Und nochmal zur Erinnerung. Falls ihr Türkisch sprechen könnt oder falls jemanden kennt, der Türkisch spricht und Vollzeit im Cryptospace arbeiten möchte, dann könnt ihr den Link unten in der Videobeschreibung benutzen, um euch bei uns zu bewerben. Wir suchen im Moment wirklich ziemlich intensiv nach einem türkischsprachigen Content-Creator. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer freue ich mich tierisch über einen Kommentar, einen Like und wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.